Was es mit den großen Indizes auf sich hat, das habe ich ja schon in meinem Rundumschlag heute kundgetan, vielleicht habt ihr das Video dazu schon gesehen, deshalb will ich euch damit gar nicht so sehr langweilen, schaut euch das im Zweifelsfall an, wenn ihr daran Interesse habt, aber es gibt natürlich noch andere Märkte und dazu gehören natürlich Gold und Silber und ihr seht es, da habe ich schon eine Menge Zeichnungen drin, aber fangen wir ruhig von vorne an. Wir haben einen Rücksetzer gehabt, der ist einigermaßen tief gegangen und deshalb vielleicht besonders spannend, ist es noch oberhalb der 78er Marke, das ist zumindest für mich, ich bin nicht maßgeblich, aber so haben wir es für uns mal so halbwegs festgehalten, das ist für uns unsere letzte Verteidigungsmarke, spätestens wenn er da durch ist, dann sage ich mir, das wird mit Long nichts mehr, weil die Wahrscheinlichkeit für so einen Long mit wirklich maßgeblich, ein bisschen Long geht ja, aber dass es dann dramatisch nach oben geht, die liegt dann halt bei unter 10% eher Richtung, noch mehr Richtung 5 fast schon, also die nimmt dann dramatisch ab und dementsprechend ist das nicht das, was ich eigentlich haben will, aber der Kurs ist noch oberhalb dieser Marke, nehmen wir das weg, insofern alles erstmal safe und, und das ist die zweite gute Nachricht, in einem sehr guten Bewegungsausmaß. Wir sehen das, 1, 2, 3, 4, 5, das ist alles eine hervorragende Geschichte, anschließend, jetzt in einer Abwärtsbewegung, ich vermute allerdings, naja, ich weiß es nicht so richtig, aber ich würde mir wünschen, das ist vielleicht die schönere Formulierung, dass wir hier so im ersten Arm erst unterwegs sind, dass der Kurs jetzt so einen ersten Schub nach unten gemacht hat, wir vielleicht ein bisschen nach oben kommen, ein bisschen ist gut, er schießt jetzt im Moment gerade nach oben, aber, dass wir im späteren nochmal einmal tiefer kommen. Warum ist das so wichtig? Wir haben doch das, was ich immer erzähle, nämlich die 38er Marke erreicht, ja, aber das eben sehr schnell und das mag ich tendenziell nicht so gerne, ich habe es halt gerne, wenn es ein bisschen gemütlicher ist in der Korrektur, als in der eigentlichen dynamischen Überlegung, also ihr müsst euch immer vorstellen, das soll jetzt der Schub sein, das soll das Kaufargument sein, weshalb die Leute sagen, geil, 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 super der Markt und die Gegenbewegung ist noch schneller, da habe ich kein gutes Gefühl damit. Ich möchte ja eigentlich bewirken, dass die Gegenseite, also in dem Fall die Abwärtsseite, dass die die Pause ist, sozusagen, ich weiß nicht, nee, abwärts, meint er wirklich, na, ich glaube eigentlich nicht, das wäre eigentlich etwas, was ich mir wünsche, dann weiß ich nämlich, dass die zögerlich unterwegs sind, die wollen gar nicht richtig verkaufen oder sagen wir es andersrum, die verkaufen wollen, wollen das vielleicht, aber die anderen sind noch stark genug, dagegen zu halten. Wenn die so schnell einknicken können hier, dann habe ich immer so ein bisschen Sorge, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin vielleicht ein Hasenfuß, aber so bin ich nun mal. Gut, auf mich kommt es nicht drauf an, aber es ist zumindest mal interessant, dass der Markt im Moment sehr stark eben auf der Aufwärtsseite war als letzte Bewegung und diese Abwärtsbewegung noch alle Chancen hat für eine schöne Korrektur. Das wird übrigens etwas, was ich mir vorstellen kann, was wir nochmal als einen besonderen Trade dann auch herausstellen wollen, deshalb unbedingt Born for Trading bzw. beim Trade des Tages mitmachen, dann kriegt ihr solche Sachen mit unseren ganz konkreten Handelssignalen. Viele sagen immer, ja, das ist immer wischiwaschi und das ist immer total unkonkret. Ja, klar, das hier ist natürlich nicht konkret, insbesondere weil der Markt dieses Teilstück noch basteln muss, um mir einen Einstieg zu geben. Ich brauche da ein bisschen mehr Input. Bei anderen Titeln ist das ja vielleicht was anderes, aber hier fehlt das noch. Also insofern das schon mal als mögliche Vorausschau, wenn das kommt, Trigger hier auf der Oberseite, dann ist das eine Möglichkeit. Nur, dass ihr mal seht, wie das aussieht. Wir haben natürlich viele konkrete Situationen, zum Beispiel Aussie gegen japanische Yen. Ein Titel, den viele gar nicht auf dem Radar haben, weil sie sagen, boah, wer interessiert denn so ein Währungspaar? Mir ist es letztlich völlig wurscht, was wir handeln. Es kommt eigentlich nur darauf an, dass der Markt eine schöne Bewegung macht und wie der Titel dann heißt, ist mir dann ziemlich egal. Hier haben wir zum Beispiel so einen klaren Schub hoch, wackelig nach unten. Hier seht ihr, wie sowas aussieht. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe Titel, die dafür in Frage kommen und das kann man dann auch natürlich ganz konkret beziffern, wo reingehen und woraus. Aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Deshalb belassen wir es jetzt aktuell bei dem. Wir wollen nochmal einen letzten Blick auf Silber werfen, wenn wir schon auf Gold einen Blick geworfen haben, weil ich weiß, dass viele auch sagen, ach Gold, das ist mir zu Mainstream. Ich gucke lieber auf Silber und das meine ich gar nicht im Negativen. Das ist durchaus eine echte Variante, die man da auch nochmal fahren kann. Das Bild hier allerdings ähnlich. Also auch hier der deutliche Schub hoch. Das mögliche Wackelige jetzt. Noch ein kleiner Hinweis. Was ist denn, wenn das jetzt nicht wackelig ist? Du, Rüdiger, behauptest ja, dass der Kurs jetzt so macht. Naja, das behaupte ich nicht, sondern umgekehrt. Wenn er das macht, ist das für mich ein möglicher Trigger für die Long-Seite. Soweit so einfach. Aber es ist natürlich auch noch möglich, dass das passiert. Das Schöne ist, da habe ich null Möglichkeiten, Long zu gehen. Ich habe ja keinen Trigger. Das heißt, ob ich richtig liege mit meiner Idee, dass der Kurs hier das bringt, das weiß ich nicht. Ich kann das auch nicht in die Zukunft gucken. Geht bei mir genauso schlecht wie bei anderen auch. Aber das Schicke ist, ich kann erkennen, ab wann meine Long-Idee rum ist. Und das wird eben mit diesen Marken, mit den Fibonaccis, wie ich es bei Gold eben beschrieben habe. Versucht das mal selber hier auf eigene Faust. Da kann man das ein wenig abschätzen. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilft. Bei euren Überlegungen, Gold und Silber zumindest mal sehr spannend. Die Indizes sowieso, aber das habe ich ja schon erwähnt. Wer nichts verpassen will auf der Ebene, der meldet sich noch schnell an für den Trade des Tages. Dort stelle ich ja dann auch immer zumindest mal einer unserer vielen Trading-Ideen vor. Nämlich mit unseren exakten Ein- und Ausstiegsmarken. Also wer darauf Lust hat. Letzte Woche waren es unter anderem der S&P 500, der ja massiv dann auch in die Richtung gelaufen ist. Das andere habe ich schon wieder vergessen, war aber auch meines Wissens sogar ins Ziel gelaufen. Das ist natürlich nicht immer so. Seid also nicht traurig oder böse, wenn es mal nicht klappt. Traden ist eine Frage der Statistik, der Wahrscheinlichkeit. Und da kann man dann sagen, okay, wenn ich 10, 20, 30 Trades mache, dann sollte deutlich mehr auf dem Konto sein als vorher. Dann ist da irgendwie was richtig gelaufen. In diesem Sinne hoffe ich, dass bei euch alles richtig läuft. Ich drücke euch die Daumen, sage ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.